Meiner Meinung nach ist der Markus Käser maßgeblich an dem beteiligt, wie unsere Stadt Pfaffenhofen jetzt ist. Hat da viel angestoßen, hat sich da viel engagiert, hat viel gemacht. Und ich meine, was haben wir jetzt? Eine wunderschöne Kleinstadt, die auch noch ausgezeichnet worden ist mit den Livcom Awards. Also meiner Meinung nach muss man lange suchen, bis man jemanden findet, der sich so einsetzt für Nachhaltigkeit wie der Käser. Und der Käser will vielleicht immer auf mehreren Hochzeiten tanzen, aber der Unterschied ist, er möchte es nicht nur, sondern er tut es tatsächlich auch. Und ich finde, ein ehrliches Engagement braucht es einfach in der Politik. Und deswegen bin ich dafür, dass der Käser in den Landtag soll. Und ich finde, dass der Käser in den Landtag soll.